Klick auf, liebe Feilchenfans! Am Wochenende findet unsere große Saisoneröffnungsparty statt. Der Samstag beginnt mit dem Tag der offenen Tür. Ab 12 Uhr könnt ihr einen Blick in das Stadioninnere werfen. Zum Beispiel in den von der Erzbrigade neu gestalteten Spielereingang, in die Mannschaftskabine, den Pressekonferenzraum und so weiter. Ab 15 Uhr stellen wir euch die neue Mannschaft vor und geben bekannt, wen ihr als Spieler der abgelaufenen Saison beim FCE gewählt habt. Vielleicht ist es ja Sören Bertram, unser dreifacher Torschütze bei den Relegationsspielen. Wir werden es erfahren. Naja, auf jeden Fall verdankt dieser süße kleine Kerl hier aus dem Zoda Minis seinen Namen von den Spielen gegen den KSC. 80% der Einschriften meinten, dass er nur Sören heißen kann. Und genau das wollen wir am Samstag mit einer Namenspatenschaft besiegeln. Sören und Sören werden am Samstag vor Ort sein. Und ich hoffe ihr auch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website. Und dann wird es schon wieder auf dem Zoda Minis